hallo liebe menschen das ist der triathera video blog ich bin marco heckel hier geht es um em effektive mikroorganismen terapreta produkte und um themen zur begrünung der erde und heute soll es mal nur um em gehen um effektive mikroorganismen beziehungsweise triathera sachen und zwar um die frage was mache ich mit em im frühling wann kann ich damit anfangen im teich schadet frost was sind die ersten tätigkeiten die ich mit em im frühling machen kann aber vielleicht noch mal kurzer erinnerung ich bin ja gerade zurück aus brasilien wir haben gerade eine ganze menge die letzten wochen videos aus brasilien immer gesehen offensinnig bin ich zu früh zurückgekommen wenn ich auf dem fenster gucke immer noch 0 grad ich habe es noch geschafft schlitze zu fahren und wir haben einen richtig richtig kalten späten winter ist das die schwache sonnenaktivität die uns die nächsten jahrzehnte vorhergesagt ist die jetzt zuschlägt eine neue kleine eiszeit ich hoffe es nicht aber auf jeden fall wird es in diesem frühjahr etwas später losgehen das heißt dieses video kommt gerade noch rechtzeitig für sie um rauszufinden was kann ich denn mit em im frühjahr machen und ich habe diesmal einen ganz kleinen zettel nur dabei um habe nur ganz wenige sachen aufgeschrieben ich hoffe mal ich schaffe es diesmal in 15 20 minuten fertig zu werden eine frage die zum beispiel gerne kommt ist wann kann ich mit der teichbehandlung anfangen und teichbehandlung im frühjahr wann kann ich das frühestens machen und vom prinzip her ist kann man die teichbehandlung jederzeit machen zeolit wirkt jederzeit das ist ja relativ physikalisch chemisch dass es die nährstoffe aus dem wasser bindet em keramikpulver wirkt auch weitestgehend unabhängig von der temperatur aber natürlich die mikroorganismenaktivität geht erst so richtig los also ich sag mal 5 grad ist noch zu wenig 8 grad 10 grad 8 grad 10 grad wassertemperatur dann gehen die mikroorganismen los das heißt wenn man schnelle sichtbare reaktion haben will dann sollte man erst bei 8 bis 10 grad wassertemperatur loslegen das heißt im prinzip je nach region wo sie sind april mai end april wenn es dann tatsächlich auch mal tagsüber 15 20 grad ist wenn es sich ein bisschen aufwärmen kann dann reagiert der teich auch wenn man vorher im rein macht mitrierte aktiv in den teich rein macht dann wird das nur dazu führen also wird das dazu führen dass die auch arbeiten die auch reagieren aber man wird nicht sofort so viel sehen weil natürlich bei den niedrigeren temperaturen die geschwindigkeit der umsetzung viel geringer ist wenn es dann warm wird gehen die aber auch los also nicht bei 5 grad kann ich nichts machen sondern bei 5 grad ist die reaktion einfach ein bisschen langsamer sie ist aber mit der zeit genauso groß meiner meinung nach also wenn sie sagen ganz dringend ich muss jetzt im frühjahr was machen weil mein teich geht es richtig schlecht meine fische haben vielleicht probleme wir haben folgendes produkt im teich dann können sie selbst bei 5 grad arbeiten teichtemperatur wenn sie sagen nein ich will auf den optimalen moment warten wo ich eine schnelle starke reaktion sehe damit ich auch überzeugt werde dass es funktioniert dann warten sie bis 8 grad 10 grad wassertemperatur also sprich in april mai und dann machen sie das dann die erste teichbehandlung teichbehandlung prinzipiell auch nur nötig wenn tatsächlich meiner meinung nach wenn ein problem vorliegt wenn wir faulschlamm haben wenn wir gerüche haben wenn wir vielleicht probleme mit fischkrankheiten haben wenn wir einen stark belasteten teich haben wenn wir den teich einmal mit em mit reaktiv mit zeolit und em keramikpulver wenn wir den einmal in der guten mikrobiologie haben würde ich nur noch auf bedarf was rein machen also man muss nicht unbedingt jedes jahr was rein machen bei einem normalen gartenteich nur wenn der teich sehr stark ist belastet ist oder symptome zeigt dass man das ja nicht klar wird oder so dann dann sollte man eine aktion machen ich habe ganz viele kunden die machen einmal em rein melden sich drei jahre nicht wieder und sagen hat wunderbar geklappt nichts weiter gemacht und nach drei jahren vielleicht ist er wieder mal trüb geworden eine neue em behandlung und dann passt es wieder ok toilette in der kälte frage kann ich denn mit der toilette draußen arbeiten beziehungsweise im ungeheizten garten wenn das einfriert sogar die toilette hier ist die toilette unsere holz toilette ich habe sie mal aufgebaut noch ein schöneres bild für mein video als als die zugeklappte toilette aber kann ich denn die toilette auch im frost im frost im garten betreiben wenn in die häuser frost einzieht und ja man kann eigentlich stört es nicht man kann em sogar einfrieren hat mein vater eine weile gemacht der hat einfach starter kultur eingefroren weil er die nicht auf einmal gebraucht hat hat er die tatsächlich in den gefrierschrank gelegt und hat die dann nach monaten und jahren wieder rausgenommen und wieder vermehrt hat wunderbar funktioniert der ph-wert hat gestimmt hefe war da hat richtig geschmeckt also sprich die ems effektiven mikroorganismen milchstoffe bakterien hefen vor den tesobakterien kann man einfrieren ein paar sterben immer auch beim einfrieren werden werden die hälfte absterben oder so aber wenn wir das wieder auftauen fangen sie auch wieder an zu arbeiten oftmals so dass sogar wenn so eine flasche dann wieder anfängt zu blähen wenn sie frost gekriegt hat dann wachen die richtig auf dann fangen die doch mal richtig an zu arbeiten und man kann das sogar sogar starter kultur einfrieren wieder vermehren also mikroorganismen vertragen es eingefroren zu werden und wieder aufgetaut zu werden die wirkung von em ist im winter nicht weg sondern im frühjahr wenn es wieder los geht ist sie ist sie wieder da wir haben eine gewisse reduktion der mikroorganismen einfrieren tötet schon einen teil aber nicht nicht so dass es dann dass dann die wirkung weg ist also man kann auch im späten herbst noch mit dem arbeiten bevor der boden gefroren ist und man kann auch im frühjahr schon noch bei sehr niedrigen temperaturen mit dem arbeiten selbst wenn die dann nochmal einfrieren ist kein problem die wirkung ist trotzdem da bei den toiletten entsprechend wir haben ja diese vier wochen fermentationszeit wenn der toiletteneimer warm steht voll ist und hingestellt wird zum fermentieren damit er unter weitestgehendem luftabschluss milchsauer fermentieren kann denn da wo wir sauerkraut aus scheiße machen wo wir unsere fekalien milchsauer fermentieren das braucht diese fermentation braucht damit das in vier wochen abläuft braucht es 20 grad und mehr damit wenn das in vier bis acht wochen abläuft dann reichen so zehn bis acht wochen reichen so ich sag mal zehn ist noch ein bisschen wenig zwölf bis zwanzig grad ist okay unter zehn grad ist eigentlich die die umsetzung stark behindert stark verlangsamt was nicht heißt dass es schlecht wird das heißt nur es ist eben wie gestoppt und sobald es wieder warm wird geht es wieder los das heißt wenn sie in halb vollen toiletteneimer in ihrem garten stehen haben also sprich unsere toilette als komposttoilette im garten haben das ist ja auch jetzt in vielen bundesländern gefordert dass man entsorgungslösung nachweist für die gärten viele bauen sich abwassertanks ein aber es geht genauso eine komposttoilette ganz ganz viele gärtner in mecklenburg und brandenburg haben sich komposttoiletten zugelegt für diesen zweck um mal nachzuweisen dass sie eine entsorgungslösung haben und die kann dann natürlich im winter kälte kriegen und dann ist der einmal vielleicht noch halb voll kein problem kann einfrieren kann im winter übereingefroren bleiben kann im frühjahr auftauen man kann es dann weiter befüllen und fermentieren oder auch auf den kompost geben und dort weiter umsetzen lassen also einfrieren stoppt die sachen verlangsamt die sachen das heißt einfrieren stoppt sie kälte verlangsamt es aber es wird nicht schlecht also es ist kein problem notfalls macht man ein bisschen mehr triatera streu drauf damit das mit das sauber funktioniert beziehungsweise bokashi genau das gleiche kann ich bokashi einmal kühl lagern kann ich was passiert wenn bokashi einmal einfrieren genau das gleiche der prozess ist mehr oder weniger gestoppt wir beziehungsweise verlangsamt wenn es kälter ist über 10 grad ist es also 10 bis 15 10 bis 20 grad ist es ungefähr halbiert die geschwindigkeit wenn es noch tiefer geht die temperatur ist es tatsächlich praktisch gestoppt und dementsprechend braucht man mehr zeit für die fermentation beziehungsweise hat es dann nicht komplett durch fermentiert und bei bokashi ist es aber nicht so schlimm bokashi braucht ja eigentlich wirklich nur ein paar tage um sauer zu werden dann haben wir eigentlich das meiste schon geschafft und man kann bokashi auch nicht perfekt durch fermentiert also schon nach einer woche zwei wochen kann man bokashi wunderbar auf den kompost bringen oder eingraben wie misst eingraben sprich wenn wir ihre küchenabfälle im winter zum beispiel bokashi machen draußen stehen haben das friert ein das ist kein grund das nicht zu verwenden das kann das bokashi ist ja hygienisch nicht bedenklich das heißt das können sie problemlos auch eingefroren sogar verarbeiten beziehungsweise sobald der boden aufgetaut ist einarbeiten also bei bokashi ist das problem noch geringer als bei den toilettensachen da wollen wir ja mindestens diese vier wochen fermentation haben damit es hygienisch ist bei bokashi reicht im grunde ein zwei wochen und wenn es nicht perfekt durch fermentiert wenn es nur so halb fermentiert ist ist alles kein problem die mikroorganismen sind da und bauen dann den boden eben weiter machen dann den boden eben weiter sobald die temperatur da ist wann soll man anfangen im frühjahr em zu sprühen und das ist eine sehr interessante frage also die wir sind inzwischen dazu übergegangen monatlich zu sprühen beziehungsweise für wirklich intensive kulturen sogar alle zwei monate zu sprühen beziehungsweise intensiv zu wässern mit einer brause gießkanne und vor allen dingen beerenobst bäume obstbäume nussbäume aber also die pflanzen die uns immer wieder wo uns die ernte weggenommen wird von irgendwelchen insekten pilzkrankheiten monilia spitzendürre die reagieren sehr sehr gut auf em sprühungen aber man muss früh anfangen genauso übrigens weil die wie bei den konventionellen spritzmitteln auch bei den konventionellen spritzmitteln muss man typischerweise im märz april spätestens mai anfangen eigentlich märz april und so ist das mit em auch damit sie die volle wirkung haben fangen sie an wenn im grunde der boden noch gefroren ist bevor die knospen aufgegangen sind bevor auf jeden fall die bäume ausschlagen fangen sie schon an em zu sprühen 1 zu 10 verdünnt deswegen steht hier die flasche ich habe hier jedes zweite mal die triater aktiv flasche stehen aber das ist das grundlegende produkt das sind die effektiven mikroorganismen in der vermehrten form mit denen wir alles machen können sprühen füttern in der entsprechenden zulassung kompost gegen schädlinge zum putzen zum abwasser behandeln zum teich behandeln zum gerüche vermindern zum futtersilieren das ist letztlich alles immer die gleiche geschichte immer das grundlegende n-produkt damit kann man eigentlich alles machen deswegen steht es hier jedes zweite mal bei mir da und das emico den emico allzweck reiniger den ich hier daneben gestellt habe der ist dann im wesentlichen dazu da wenn es speziell gegen krankheiten und schädlinge geht der ist noch ein bisschen stärker als das normale ema also normale triater aktiv weil der noch essig enthält alkohol enthält und lavendelöl enthält als wirkstoffe was ihn zu einem wunderbaren reiniger macht was ihn aber auch zu einem wunderbaren stärkeren abwehrmittel vor allen dingen gegen läuse insekten und so weiter macht also normal fall kann man mit dem normalen triater aktiv arbeiten 1 zu 10 verdünnt und wird damit großteil der wirkung erzielen speziell bei einigen insekten schädlingen kann man es wenn das nicht ausreicht kann man mal das hier ab und zu sprühen 1 zu 10 verdünnt genau also sprühen mit em anfang sprühen im garten auf obstbäume obststräucher früh 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 immer früher als man denkt märz april ich habe sogar schon februar gelesen wo einige krankheiten sich im grunde schon anfangen auszubreiten larven sich schon entwickeln beziehungsweise pilze sich anfangen schon zu verbreiten also märz april ist die anfangzeit jetzt haben wir ein relativ spätes frühjahr wenn sie dieses video sehen und am wochenende rausgehen und sprühen dann sind sie dann sind sie an der richtigen adresse und wie sprühen 1 zu 10 verdünnt das normale triater aktiv 1 zu 10 verdünnt man kann bis 1 zu 100 verdünnung hochgehen wenn man es ganz häufig macht und ganz super gerät 1 zu 10 das ist schon so wenig dass das ist ausreichend in sonderfällen wenn man wirklich sehr sehr häufig sprüht kann man kann man höher gehen mit der verdünnung aber 1 zu 10 wenn man schon mal die spritze in die hand nimmt und sich dazu aufwacht dann sollten wir auch 1 zu 10 verdünnt sprühen da gibt es noch keine blattschäden weil es ein bisschen sauer ist da gibt es noch keine probleme 1 zu 10 verdünnt sprühen und wie gesagt selbst wenn dann nur der blanke stecken steht von den himbeeren oder eben die die blattlose das blattlose gerippe unseres obst baums unseres kirsch baums unseres apfel baums unseres für sich baums dann ist die zeit zu sprühen so hoch man kommt und rundherum die rinde die äste das landet ja dann auch auf dem boden da muss man sich gar nicht bemühen das kommt alles von alleine runter aber eben das was auf den rinden auf den ästen hängen bleibt das ist wichtig und das sorgt dafür dass insekten schon abgewert werden beziehungsweise durch die bestimmten mikroorganismen sich nicht richtig entwickeln können und es sorgt dafür dass sich bestimmte pilzsporen nicht festsetzen können dass sich bestimmte viren und bakterien nicht festsetzen können einfach mal eine liste von krankheiten wo wir wissen dass wir mit dem gute erfolge erzielt haben das klappt nicht immer aber es ist sehr sehr häufig so bei meinem nachbarn hier der hat seine für sich kräusel krankheit damit in griff gekriegt indem er ab dem frühjahr eben konsequent gesprüht hat monilia spitzendürre haben wir viele berichte dass das gut funktioniert mit dem bakterien brand das ist ein klassiker da ist sie wirklich ganz ganz stark weil das ist genau das der gegenspieler von dem sozusagen die folgendes bakterien die negativen bakterien die wir mit dem ersetzen können gegen einige pilzkrankheiten wie wie phytophthora und und mehltau wirkt dem nur eingeschränkt aber bei bakterien brand zum beispiel wunderbar röteln krankheit bei kirchen schrotschuss krankheit wenn die blätter so durch pilze so durchlöchert werden auch da im frühen frühjahr märz april spätestens anfangen bevor die knospen aufgehen noch sprühen und dann auf die jungen blätter sprühen sprühen übrigens immer nicht bei sonnenschein nicht bei trockenheit sondern möglichst bei bedecktem himmel abends frühmorgens wenn es ein bisschen feuchter ist also dass das wir nicht den effekt haben dass dieses die sprühtröpfchen die auf dem blatt sind wie eine linse wirken und das verbrennen auch die mikroorganismen mögen es nicht in der sonne zu bleiben die wollen sich quasi feucht verteilen und einnisten und verstecken vor der sonne weil die sonne verbrennt dementsprechend also bei bedecktem himmel feuchtigkeit abends eventuell früh frühmorgens sprühen wobei man wahrscheinlich lieber am nachmittag und abend sprüht wenn es ein bisschen bedeckt ist genau also das ist die zeit um em zu sprühen oft anders als bei konventionellen spritzmitteln wo es heißt sprühen sie bei trockenheit da wirkt das am besten da wird das nicht nein wir wollen die feuchtigkeit wenn sie richtig hart sind gehen sie raus wenn es in strömen regnet und sprühen pur em dann verdünnt sich das von alleine und verteilt sich am besten das habe ich haben wir früher auch noch ab und zu gemacht aber 1 zu 10 verdünnt bei bedecktem himmel wenn man nicht ganz so selbstmörderisch unterwegs ist ok schrotschusskrankheit sprühfleckenkrankheit genau das gleiche auch eine pilzkrankheit wenn ich es richtig habe kirschblattläuse oder prinzipiell blattläuse alle möglichen insektenkrankheiten auch die kirschfruchtfliege jetzt ist die aktiv die jetzt sind die larvenstadien die anfangen sich zu entwickeln sich einzelnisten zu wandern wenn man jetzt die em sprüht werden die an ihrer entwicklung gehindert werden finden die nicht ihre nistplätze weil die ems denen quasi das organische material wegverdaut ähm und und dann dementsprechend hat man hat man die dann stark zurückgedrängt beziehungsweise komplett verhindert wurzelfäule unterschiedende braunfäule schwarzfäule bei erdbeeren wunderbar da ist die em 1a also das ist wirklich da kann es direkt reinschauen vollen ist das ist das wo gegen die em funktioniert grauschimmel ja also es sind nur so ein paar die ich hier mal so aufgeschrieben hat wir wissen es beim buchsbaum buchsbaum pilz und buchsbaum zünsler auch da wirkt die em ziemlich gut wiederum 1 zu 10 verdünnt möglichst früh im jahr und und häufig sprühen und wie häufig sprühen genau also wenn man wirklich mit einer aggressiven typischen krankheit zu tun hat die einem die ernten wegnimmt dann ein minimum von alle zwei wochen jetzt im märz anfangen und alle zwei wochen im sprühen auf die blätter auf vielleicht nicht direkt in die blüte wenn die blüte abgebildet ist aber kein problem auch wenn die blüte noch nicht aufgegangen ist kein problem direkt in die blüte geht normalerweise auch habe ich aber auch schon gehört naja wenn man ein bisschen die blüte sprüht dass der pollen vielleicht sich ein bisschen verklebt oder so aber auch eher kein problem also ich ganz selten habe ich nur einmal gehört dass das eventuell bei aber das hat nichts mit dem zu tun sondern einfach mit der feuchtigkeit die man in die blüte sprüht also selbst in die blüte ist normalerweise kein problem in die geschlossene auf keinen fall in die aufgegangen und fertig bestäubte blüte auch kein problem auf die blätter sprühen auf die rinde sprühen auf die zweige sprühen den boden muss man sich nicht weiter darum kümmern das kommt von alleine runter und wie gesagt mindestens alle zwei wochen wenn es seriös gegen krankheiten gehen soll jetzt im frühjahr und ich sage mal kann man durchhalten im grunde bis die früchte soweit sind bis bis anfang juni juni muss man das eventuell durchhalten und wenn man es noch öfter hinkriegt also jede woche ist noch besser tatsächlich also versuchen sie es jede woche maximal alle zwei wochen und sie werden ihr blaues wunder erleben nicht nur dass alle diese krankheiten stark zurückgedrängt werden speziell wenn sie das mal zwei drei jahre machen aber auch schon im allerersten jahr ganz oft komplett zum verschwinden kommen sondern auch dass die 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 rinde sehr davon profitiert der baum einfach vital wird die mikroorganismen in den boden kommen und dort die umsetzung der nährstoffe beschleunigen also kriegt er einen wachstumsschub der baum also es ist auf ganz vielen den ebenen wo das positiv wirkt inklusive schneckenabwehr auch die wenn man eine ganz dominante em mikrobiologie hat im boden im garten allgemein schnecken bevorzugen fäulnisstoffe bevorzugen pflanzen die stark mit ammonium gedüngt sind mit stahlmist mit wo fäulnisprozesse im boden ablaufen weil die zum beispiel mit mulch oder mit kompost nicht genug in die fermentative richtung gelenkt wurden mit em zum beispiel wenn man also massiv em anwendet zum beispiel sehr häufig sprüht dann reduziert man auch die schnecken die gehen nicht völlig weg em ist kein wirkliches antischneckenmittel aber wenn man es intensiv macht dann hat man sie so stark reduziert dass man nicht mehr ja dass sie einem nicht mehr ständig die jungpflanzen gefährden sondern vielleicht mal ein bisschen unterm salat sitzen aber ihn nicht essen oftmals genug ja also im frühesten frühjahr anfang zu sprühen alle ein bis zwei wochen 1 bis 10 verdünnt ja und ansonsten den mikroorganismen tut die kälte nicht viel die pflanzen fangen erst bei höheren temperaturen anzuwachsen die mikroorganismen erst bei höheren temperaturen anzuarbeiten aber sie sterben nicht sie sitzen auf der rinde sie sitzen im boden sie sitzen auf den gräsern im wasser und warten dass die temperatur sich entwickelt dass das material verfügbar wird und dann legen sie auch los das heißt ähnlich wie die pflanzen die jetzt ausschlagen wollen können sie auch anfangen mit dem um sich zu sprühen im frühjahr ok wir werden noch zwei drei videos die nächsten wochen aus brasilien bekommen über die ölpalme über 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 ein agroforst projekt was wir dort gemacht haben mit matthäus also ein bisschen gibt es noch über brasilien aber ich versuche mal jetzt wieder in rhythmus zu kommen und wieder hier in deutschland ein paar youtube-videos zu drehen und so wünsche ich ihnen eine erfolgreiche gartensaison mit EM mit triatera aktiv bis nächste woche tschüss bis nächste woche bis jetzt die bis die we hier bis Vielen Dank.